Na meine Brudis, wir spielen heute Slender, The Nine Pages. Ja, und jetzt würde ich sagen, fangen wir an. Licht kurz aus, Brille auf, ich mach mal Platz hier, fertig. Bum, bumm, ja. Und los. Okay. Wie ist das, wenn man sprintet? Da? Hm? Ne, das ist hier unten. Ich sehe da nichts. Das ist hier. Ach, da. Ich kann mich nicht sehen. Ich traue mich auch nicht. Ups. Wird gerade nicht los rein. Nein! Soll ich euch mal erschrecken? Neh, mal Fullscreen. Kann ja nicht machen. Und jetzt. Wow. Alter. Sorry, dude. Ja, meine lieben Jo... Oh. Meine Brudis. Meine lieben Brudis, wir haben hier gerade ein paar technische Probleme. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Na, meine Brudis, da sind wir wieder. Mach mal weiter. Und eins, zwei. Echt erschreckend. Also, wir geben zu. Es ist auch ganz schön erschreckend für uns. Nicht nur für euch. Ich bin das innen, ich war zum ersten Mal. Also, ich zumindest. Ah, fuck. Noah, hast du mich wieder entziehen lassen? Ne. Nee. Fuck. Wo bist du denn vorhin langgegangen? Ups. Ja, das ist ja klar. Ja. Drenn wir nochmal. Wieso sollt' ich? Ich seh nichts. Boah, hier ist ja schon wieder so ent. Soll'n nicht. Ah, da. He has no ears. Oh, nein. Warten. Er hat keine Augen. Ach, nee. Hm? Warten steht er. Da. Wie soll ich jetzt hinwegkommen? Oh, Sprintel, Sprintel. Du willst ja jetzt wieder Diät. Ey, komm mal, grad nicht auf den Knopf, weil es so druck ist. Wo ist der Knopf? Da. Weiter. Alter, ey, ist der Grusel. Er ist K.O. K.A.O. Oh, nein, meine Lampe. Die Batterien sind leer. Ja. Scheiße. Und wir sehen kaum noch was. Uh, was war das? Ich wollte mir grad nicht zur Seite drehen. Oh, nein, was war das denn hier? Hm? Was war das denn? Ich hab' nicht. Der steht hinter mir, oder? Nee. Junge! Nee, Brudi. Brudimatico! Wuhu! Hilfe! Lass mich in Ruhe, du! Penner! Nein! Wo soll ich lang? Manu, Penner! Ich würd' sagen, ist mir egal. Wo ist er weg? Schön, ich komm ja nicht wo lang. Da steht er. Wuhu! Wuhu! Ja, ne! Oh, Flüsse! Jetzt kannst du hier in der Tür bestimmt aufmachen. Hm. Er wird hier gleich stehen. Nee, ich seh' nicht. Nee, ich seh' nicht, weil ich seh' nicht mehr von hier aus auch sehen kann, ohne der Taschenlampe. Ja, aber gleich steht er hier, oder? Ja, mach an. Siehste? Nee, ich seh' jetzt hier alles. Du wirst auch nie, um welche Ecken der steht. Okay, jetzt hab' ich zurück, sieh' jetzt gar nichts mehr. Das ist ne echt dieser Gamer, jetzt steht er da. Hilfe! Boah! Das ist richtig creepy. Ja, das ist irgendwo... Oh, ich muss meine Brille immer absetzen. Oh, jetzt seh' ich auf hier mehr die Tastatur. Oh, endlich! Wo ist denn jetzt wieder? Taschenlampe? Nee, das... Nee, das ist auch nur in diesem Abschnitt, wa? What? Wenn das die Taschenlampe so flackert. Was war das? Jetzt kommt das bei uns schon hier. Jetzt kommt Slella schon zu uns. Ey, wenn das so wär', ey, dann wär' ich... Alter, da! Wo denn? Die nächste Seite, Melanie. You can't... Hey. Ich will mich ja nicht umdrehen. Nee, noch steht er da nicht. Also, um die Ecke. Um die Ecke, da steht er. Und da glaub' ich auch. Fuck, ich will ja auch nicht. Ich schieb immer an. Da muss die Kiste mit... Irgendwo da steht er jetzt. Wahrscheinlich. Der kommt immer so ein... So immer hinter einem, ne? Nee, und manchmal vor einem. Naja, um der Ecke, ne? Der schon mal teleportiert vor mir. Ja? Ja! Ja, hinten ist die Tür offen. War die nicht zu? Ganz rein. Hier sind zwei Türen. Drei. Ich glaub' vier Gämmerinnen. Ich trau' mir aber nicht. Hallo, Slender. Hallo, Slender! Slendy! Slendy! Boah, was hat hier grad so gehackt? Slendy! Entweder scheiß Internet-Empfang oder... Das war Slendy. Das war kein scheiß Internet-Empfang. Wir haben gut. Jetzt, jetzt. Alter, fuck! Alter! Du musst drinnen, du musst drinnen, du musst drinnen, du musst drinnen. Was? Au! Säule nöt! Oh, oh! Ja, den Schrank kann man wahrscheinlich öffnen. Da ist jetzt keine Seite drinnen. Da ist jetzt keine Seite drinnen. Ja, und da kann es aber sein, dass ein Schlüssel drin ist. Der ist schon wieder Slender. Und ne Seite wahrscheinlich, oder? Ja, da ist ne Seite. Oh nein. Und die Pages. Oh! Er will... Er will... Er will dich essen! Naja, stimmt ja auch. Pass auf, pass auf, pass auf. Was? Wow! Alter! Alter! Also, äh... Alter! So schnell bist du... So schnell bist du gestorben? Der geht doch ja auch nicht! Alter, hab ich grad Schreck bekommen! Ich ja auch, weil ich auf einmal hinter mir stande. Und ich hab mich noch nicht mal gedreht. Der hatte mich schon in der Arme gelegt. wo ich ihn mir noch nicht mal gedreht hatte. Tja, also nochmal von vorne. Aber am besten nochmal tief durchatmen. Okay. Weiter geht's. Alter, ey. Da ist ein Blatt. Hier war ich davor nicht drin. Always... Echt der jetzt? Immer seh ich. Also... Also er sieht dich immer. Das stimmt auch, glaube ich. Der jetzt steht da hinter dir. Das ist doch immer so bei der ersten Seite gewesen. Oh! Puh! Aber sonst... Äh, aber sonst... Bei der ersten Seite nochmal gleich gewesen, dass er hinter ihm steht. Okay, da ist grad genug. Was war denn hier um der Ecke nochmal? Und zwar die Tür, die der eben grad... Oh! Oh! Oh, fuck! Der hat mich grad festgehalten! Nein! Sprinte, sprinte, sprinte! Oh, fuck! Alter! Der steht hinter mir! Nicht jetzt umgucken! Nein, nicht umgucken. Der steht auf immer vor mir. Nicht umgucken! Schnell hier am Raum vorbei! Such... Such nicht nach Slender! Such einfach nur die Seiten! Such auch nicht nach Slender! Ich will Slender vermeiden! Was ist denn heute? Hilfe! 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 Der ist weg! Verarschen! Nein! Mist, was ist denn? Hilfe! Hilfe! Hä? Mein Licht. Sein Licht ist anscheinend voll kaputt. Mein Licht ist weg. Da brauchst du jetzt dein Licht. Oh, wieso ist dir der so viel mal angegangen? Hilfe. Übelst creepy hier gerade. Oh, da. Ich renne ihn gerade in den Armen. Jetzt hat er leer. Ich seh nix. Jetzt hat man ihn mir gerade in den Armen. Alter, mach ich das, mach ich das, mach ich das. Ich hab wohl gesehen, wie der auf immer kam. Hm. Also meine lieben Brudis. Warte. Wir. Wollen uns noch verabschieden? Na ne, wir machen einen ganz kurzen Cut, weil wir müssen ja erstmal kurz was machen. Abschied. So. Abschied. Genau. Okay. Schau meine Brudis. Tschiep. Bis zum photography. Im. 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 Im.